Hey Internet und YouTube zurück bei Fallout 3. Wir öffnen dieses Schloss nicht, denn die Trichfähigkeit von 100. Und wir sagen auf Wiedersehen Türe, denn selbst wenn ich 100 erreicht habe, habe ich diese Türe schon längst vergessen. Excellent, war ich jetzt hier schon drinnen? Ja, ich denke schon. Keine Ahnung, sie sehen alle gleich aus, diese Kisten. Moment. Moment, 5 Millimeter Schuss, genau das, was ich brauche. Okay, warte, ich gehe hier lang. Hier ist zu. Wir kriegen das schon hin. Controller Springvale, jetzt gehe ich zurück, oder? Ha, ich habe keine Ahnung. Ich gehe zurück. Aha. Passt schon. Alles in Ordnung, YouTube. Alles in Ordnung. Beruhigt euch. 10 Millimeter. Yes, I need 10 Millimeter. Ich liebe 10 Millimeter. Hallo? Kann ich mich kurz hinlegen? Oh nein. Okay, hier sind einige rote Punkte. Oh, Rexy. Oh, Rexy. Goodbye, Rexy. Aus dir wird kein Kommissar werden. Was ist hier? Ah, ich habe den Bibliotheksschlüssel. Hier ist doch jemand, oder? Wo ist der rote? Pfeil. Punkt. Strich. Hi. Du bist krank im Kopf. Deswegen nehme ich dir deinen Kopf. Ach, schau dir. Kein Kopf, keine bösen Gedanken. Hier ist noch einer. Komm her. Ich habe noch 15 Schuss. Komm her. Komm her. Liesst du gerade tun? Nicht so, als würdest du hier lesen. Wer ist da draußen? Ich höre dich doch von hier. Wer ist hier drinnen? Was für ein Idiot. Kann sicher keine Schlösser knacken, der Depp. Wer ist da draußen? Shut up, ich plündere deine Sachen. Eine Lunchbox ist lecker. Oh, Steam Packs brauche ich wieder. Ein bisschen Brot. Und schmutziges Wasser ist auch okay. Schluss mit dem Mist. Wer ist da? Hier ist niemand. Hier ist niemand. Gib mir das. Kennst du. Ich bin der Idiot. Wieso nehme ich eine leere New Cola? Wieso tue ich das? Wieso tue ich das? Moment, hier liegt noch ein Chat. Was ist das hier? Sonst kriege ich Schimpf. Okay, wo bist du? Clown. Komm her. Wo bist du? What? Okay, lass mich einfach in Ruhe. Du bist ja nicht ganz dicht. Position nehme ich. Selbstverständlich ein Springmesser kannst du mir. Deckung. Was war das? Was ist Deckung? Da, 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 da. Ne, 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 ne. Items. Items, 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 Items. Items. Und? Gib mir, wo steht denn das? Sonstiges? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Wieso Hilfe? Okay. Okay, Steam Packs. Steam Packs kann ich dich doch auch auf 8, oder? Nein, das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert nicht. Ah! Ja, in Kleidung wird's nicht sein, aber hey, ich könnte doch einen verdammten Helm aufsetzen, ich Idiot. Naikampf auf plus 2. Dietrich war das, haben wir gesagt. Okay. Naikampf plus 5. Aber ich möchte mit dem Gegner noch ein bisschen reden. Deckung, hier steht's doch. Deckung. Sprengstoff um 1 erhöht. Na wunderbar. Protokolleintrag, Verbindung trennen. Suck me. Hahaha. Ich trenne. Was auch immer ich jetzt getan habe. Das war, glaube ich, nicht gut. Ich höre schon wieder diesen verdammten Krach. Also, ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber Invisible Raider kann mich jetzt gerne haben. Geh' ich jetzt nach unten. Ach, schaut doch einmal nur kurz ab, mein Freund. Das Ödland wartet irgendwas. Ist das ein Fehler? Sollte der hier stehen? Whatever. Okay. Wer ist da draußen? Ah, ja. Mr. Invisible. Okay, ich gehe jetzt eindeutig Zehnmal im Kreis. Gut. Macht nichts. Ah, du bist's. Du bist's. Oh, dreckig, Kerl. Super. Oh. Hat dir das gefallen? Ich reiß dir. No, 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 no. No, 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 no. Springvale-Kellerschlüssel. Und ein Minenprotokoll. Nicht nur verkrüppelt, mein Freund. Was ist das Minenprotokoll? Sonstiges? Let me see what this is. Wo is... Wo is... Das war doch unter Notizen. Data. Notizen. Amaisenkolonie im Tunnel erwischt. Die Bestien, bla bla. Notiz von Papa. Moment, Jonas. Ich muss das zuerst aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich hoffe auf dein Verständnis. Fürchte aber, dass du mir böse sein wirst. Ich habe lange darüber nachgedacht und schließlich beschlossen, dass es für dich besser ist, wenn du es nicht weißt. So viele Dinge hätten schieflaufen können. Und es ist wirklich unmöglich, abzuschätzen, wie der Aufseher reagieren wird, wenn er es herausfindet. Es ist das Beste, wenn er mir die Schuld an allem geben kann. Natürlich weißt du bereits, dass ich fortgegangen bin. Ich musste es einfach tun. Du bist jetzt erwachsen und kommst gut alleine zurecht. Vielleicht können wir uns eines Tages wiedersehen. Ich kann dir nicht sagen, warum oder wohin ich gegangen bin. Ich will nicht, dass du mir folgst. Wir wissen alle, dass das Leben in der Vault alles andere als perfekt ist. Aber zumindest bist du hier sicher. Allein dieser Gedanke hält mich am Leben. Ich will ja keinen Stress machen, aber mir wäre wohler, wenn wir das hinter uns bringen würden. Okay. Ich bin bereit. Mach's gut. Ich hab dich lieb. Ich dich auch? Oh Gott. Tragisch. War ich hier schon? Wenn hier nur eine Tasse drin ist. Erste Hilfe, Carsten. Was? Ach komm schon. Ey, was soll denn das? Leere Kisten? Kann doch nicht euer Ernst sein, YouTube. Warum macht ihr sowas? Ich weiß ganz genau, dass ihr dahinter steckt. Okay, die Toilette wollen wir nicht benutzen. Aber ich müsste dringendst, aber... What? Was ist das? Was ist doch... Ne... Cola! Wie komm ich dorthin? Oh mein Gott, wie komm ich dorthin? Es geht hier nach oben. Es geht hier irgendwo nach oben. Oh Jesus Christ. Ich muss diese... Quantum Cola haben. Ich weiß, dass es ne Quantum Cola ist. Ich kenne mich aus. Ich bin der Profi. Haha. Ah, ne. Nein, hier geht's runter. Wir wollen nicht runter, wir wollen nach oben. Könnte mir hier irgendjemand sagen, wie ich hier irgendwie nach oben komme? Das wäre echt zuckersüß. Okay, das... Das ist das. Gut, ich bin nicht auf den Tasten oben. Wir haben ja wieder eine Geistersteuerung. Oh Mann, hör auf! Okay, danke. Oh verdammt, wie komm ich dorthin, YouTube? Wie zur Hölle komm ich dorthin? Ich weiß es nicht. Ich werde ewig hier herumlaufen. Geht's wieder nach unten? Oh, sch... Ei, ja, ich hab's. Ich hab's, YouTube. Das war der Dekorateur der Hölle, oder? Satans Dekorateur. Dekor... 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 Pfff... Oh, er zwinkt mich nicht, solche schwierigen Wörter auszusprechen. Wie Dekor... Duh. Okay. Ein gewagter Sprung. Dankeschön. Hang tight. Okay, raus hier. Raus hier? Eh. Wunderbar. Okay. Noch 80 Parts, dann bin ich... in Megaton. Ne, okay, ich begebe mich jetzt auf den Weg. Was, Milf? Ne, Mil. Okay. Sorry. Man kann sich ja wohl nochmal verlesen, oder? Okay. Okay. Danke. Und er macht einsam seine Runden. Ich muss hier lang. Leb wohl, Abzweigung. Leb wohl. Irgendwann sehen wir uns wieder. Also, da sind... Oh, ein Händler. Hallo, hallo. Wie geht's euch? Hallo. Hallo. Ich bin nur hier, um die Waren zu beaufsichtigen. Okay. Dann bist du für mich uninteressant. Doc Hoff. Ah, willkommen, erschöpfter Reisender. Sie sehen so aus, als könnten Sie etwas Entspannung und eine chemische Aufmunterung gebrauchen. Absolut. Was ist denn dabei? Ich bin Doc Hoff, Lieferant feinster medizinischer Waren und chemischer Hilfsmittel. Wie kann ich dienen? Ich würde gerne etwas über die Handelskarawane hören. Ich biete anspruchsvollen Ödlandkunden auf diskretem Weg Lebensmittel, Getränke und Medikamente. Ich lindere ihr Leid gegen Bezahlung. Oh, richtig. Ich habe keine richtige Zentrale, aber ich organisiere den Großteil meines Geschäfts mit Ernest Rowe in Canterbury Commons. Kartenmarkierung. Hey, danke für die Kartenmarkierung. Ich bin hier, weil ich kaufen will. Sehen wir doch mal, was der gute Doktor in seiner Tasche hat. Wow. Ähm, 180 Steampacks, bitte. Nichts. Tschüss. Tschüss. Passen Sie auf sich auf. Mach ich, Doc. Mach ich, Doc. Und du bist... Mickey Mouse. Oh Gott sei Dank. Jemand Neues. Ich brauche Wasser. Bitte. Wasser. Ähm, zuerst. Was ist das für eine Art Stadt? Das ist Megaton. Was ist los mit Ihnen? Haben Sie in einem Loch gelebt oder was? Ja. Megaton kennt doch jeder. Wir haben genug Wasser da drin, aber Sie geben es nur den Ansässigen oder den Leuten, die dafür bezahlen können. Äh, egal was für Wasser. Was? Egal was für... Egal was für Wasser. Ich trinke die ganze Zeit schon diese verstrahlte Scheiße. Ich kann nicht mehr. Ich muss sofort kotzen. Ich brauche aufbereitetes Wasser. Bitte. Ich hab nur verstrahltes Wasser. Ich trinke die ganze Zeit schon alles, was ich finden kann. Aber ich kann nicht mehr. Ich brauche aufbereitetes Wasser. Bitte. Wenn Sie was davon finden. Okay. Ich tu mein... Bestes. Gehen Sie zu Moriathes. Die kältesten Drinks im Ödland der Hauptstadt. Den muss ich doch sowieso umlegen, oder? Nee. Ich weiß nicht. Wir kommen in Megaton. Wir wünschen... Tür zu nach Megaton. Tür zu nach Megaton. Wir sehen uns in der nächsten Partie. Danke fürs Zusehen, YouTube. Macht's gut. Ich will verabschied sein. Sie kommen aus dieser Vault. Vault 10. Ich habe schon lange keine solchen Overalls mehr gesehen. Sehe ich lächerlich aus? Absolut. Ich brauche eine neue. Okay. Macht's gut. Tschüss.